Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Anna Born, Julia Warnicek und ich bin Junita Horch und gemeinsam sprechen wir über das Thema Wünsche, Bedürfnisse und meine Verantwortung. Ja, vorneweg. Wünsche, Bedürfnisse, meine Verantwortung, das sind zwei Themen. Also wir reden nächstes Mal nochmal weiter über das Thema und danach noch eigentlich nochmal in diese Richtung, weil das ist ein super wichtiges Thema. Ich glaube, was unheimlich viel verändert, Aha-Momente schenkt, wenn man sich dessen bewusst wird. Und heute machen wir es mal so richtig praktisch. Anna, du hast ein Beispiel mitgebracht aus deinem Alltag. Und da gucken wir jetzt, was haben stark, wie kann so ein alltägliches Beispiel starke Gefühle hervorrufen? Was hat das mit unerfüllten Bedürfnissen zu tun? Und warum sind gerade so alltägliche Momente für uns voll die Lernmomente? Ja, Anna, bevor du startest, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne unseren Podcast, egal auf welcher Plattform. Schreibt auch gerne mal eine Bewertung. Wir freuen uns darüber. Anna, bitteschön. Ja, also vor ein paar Wochen war ein wunderschöner Tag. Mittag, obwohl es kalt war, war das aber ein sehr schöner, warmer Tag. Also wir hatten einen Ausflug gemacht. Ich hole jetzt ein bisschen aus, weil das irgendwie so ein bisschen dazugehört. Genau, es war ein sehr schöner Tag. Die Kinder und ich sind zu einem Kinderkonzert gefahren von Mike Müllerbauer. Übrigens sehr zu empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Genau, wir waren früh dran. Ich habe mich vertan in der Zeit, war eine Stunde zu früh in der Stadt. Auf jeden Fall haben wir dann noch so einen kleinen Einkaufsbummel gemacht und waren bei Rossmann. Meine Kinder lieben die Spielzeugabteilung und ich war bei der Dekoabteilung unterwegs. Und da habe ich mir was ausgesucht. Und zwar habe ich mir ein Holztablett ausgesucht mit einer Karaffe, mit einem Krug. Und mit zwei Dosen. Eine steht hier und die andere ist etwas größer. Und das hat so toll aufs Tablett gepasst und ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, oh schön, ich gönne mir das jetzt, ich kaufe mir das jetzt und da freue ich mich so richtig dran. Du hast voll fürs Herz gemacht. Genau, es war voll fürs Herz und es war irgendwie auch so ein cooler Tag. Also irgendwie so waren die Emotionen einfach richtig gut. Genau, und wir hatten auch einen schönen Tag gehabt. Das Konzert war toll. Und ja, dann springen wir jetzt mal zum nächsten Tag. Also es ist nächster Morgen. Die Kinder waren schon ein bisschen früher wach. Ich habe mich noch fertig gemacht und ich bin aufgewacht und ich habe mich nicht gut gefühlt. Also ich hatte Kopfweh, war irgendwie auch noch so müde. Also meine Laune war jetzt nicht so toll und habe mich einfach unwohl gefühlt. Und ich gehe in die Küche und da stehen meine Töchter. Und sie reden miteinander. Die eine flüstert der anderen was ins Ohr, was ich dann gehört habe. Hey, wir müssen es Mama sagen. Oh nein. Ich habe schon gedacht, oh nein, was ist passiert? Ähm, aber gleichzeitig in dem, also ich war eh so im Gehen und gehe dann auch schon ins Wohnzimmer. Und da habe ich es dann auch gesehen. Meine schöne Dose liegt auf dem Boden und ist zerbrochen. Und, ähm, boah, das war erstmal ein großer Schock für mich in dem Moment. Und, ja, hat nicht gut getan. Eh bei Kopfschmerzen und mieser Laune am Morgen nochmal diese kaputte Dose. Ja, das war irgendwie so komplett im Kontrast zu dem Tag davor, wo alles so schön war und ich mich gefreut habe. Und jetzt halt Kopfschmerzen, Unwohlsein und dann auch noch das. Ja, und wie bist du dann damit umgegangen? Was hast du gemacht? Ja, also ich war erstmal komplett, ja, also ich sage immer, wie ich mich gefühlt habe. Also ich habe mich nicht gut gefühlt. Erstmal wegen der Kopfschmerzen. Dann habe ich mich nicht gut gefühlt, weil plötzlich die Wut in mir hochkam. Weil ich meinen Kindern schon so oft sage, also sie sind auch nicht mehr ganz so klein, aber ich erinnere sie immer wieder noch daran. Lasst meine Sachen in Ruhe, mit meinen Sachen dürft ihr nicht spielen. Oder fragt mich vorher, bevor ihr etwas benutzt, gerade so Deko und so. Da spielen die Mädels auch gern mal mit, aber es ist eigentlich nicht erlaubt und das wissen sie. Von daher kam so die Wut und auch so die Enttäuschung, dass es ja irgendwie nicht geklappt hat oder gar nicht so lange gehalten hat. Ich hatte ja nicht mal viel Freude daran gehabt an meiner Deko. Es war nicht mal 24 Stunden her und schon ist es kaputt so. Ja, da war ich auch ganz schön enttäuscht und traurig. Du hättest, weil du hast gesagt, du sagst es deinen Kindern öfter. Und du hast eigentlich gerechnet, dass wenn sie jetzt so groß sind, dass du dich auf sie verlassen kannst? Ja genau, das habe ich mir schon gewünscht, dass ich mich auf sie verlassen kann. Vor allem sie waren auch dabei, als wir es gekauft haben und wie ich mich so gefreut habe, das haben sie auch gesehen. Vielleicht war es auch deswegen so der Reiz, weil sie es auch schön fanden, ich weiß nicht, und auch mal damit spielen wollten. Also was passiert ist, sie haben da Kuscheltierkatzen reingesteckt, sie haben so kleine Kuscheltierkatzen und dann wurden die in die Dose gesteckt. Das waren die U-Boote übrigens und haben dann damit... Anna, ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man sich so über sowas freut, wenn man endlich mal wieder was dekorieren kann. Und dann, ja, also ich kann mich voll reinversetzen. Du, sag mal, hast du, dekorierst du öfter zu Hause? Also hast du viel Deko bei dir rumstehen oder war das irgendwie was ganz Besonderes, Spezielles, was sonst nicht so ist? Also war das eine komplett neue Situation? Oder, weil dahinter steckt da irgendwie irgendein Bedürfnis, dass wir dekorieren. Ja, du hast recht, also solange die Kinder klein waren, konnte ich halt nicht so viel dekorieren. Also dieses Bedürfnis musste ich hinten anstellen. Also das Bedürfnis nach Ästhetik, nach Schönheit. Genau, und ich habe schon auch Deko, aber die ist dann halt so angebracht, dass die Kinder eigentlich nicht ran können. Genau, und das war jetzt halt etwas, was so auf dem Tisch stand. Das war halt so, ja, präsent und greifbar. Ja, und ich habe gedacht, wir wären vielleicht so weit, dass das… Sie sind jetzt alt genug. Genau, dass es einfach klappt, dass ich sowas auch, mich an sowas erfreuen kann einfach. Ja, das heißt, eigentlich hast du dieses Bedürfnis nach Ästhetik. Du hast dich lange Zeit eingeschränkt und jetzt hast du dem Raum gegeben, weil du gedacht hast, meine Kinder sind jetzt so weit. Ich kann mich auf sie verlassen. Sie haben eine gewisse Reife. Und jetzt kann ich die Deko hinstellen und die ist sicher. Ja, das war so innerlich, was bei dir passiert ist? Ja, ich denke schon. Wobei mir das in dem Moment überhaupt nicht bewusst war. Also in dem Moment war ich eigentlich komplett blockiert, als ich es gesehen habe. Ich war irgendwie geschockt. Und ja, war halt blockiert auch mit dem, was ich jetzt mache. Du hast erst mal nichts gemacht. Ja, ich konnte auch nichts machen. Also ich habe mir auch gedacht, Mensch, du bist bei Entbindung, du weißt ja alles. Versuch doch mal was abzurufen. Anna, jetzt mach doch mal was. Ja, versuch doch mal was abzurufen. Aber in dem Moment ging nichts. Das ist selber sauer einfach. Ja, mich hat das auch so erschrocken. Oder nicht erschrocken, aber es war schon überraschend, warum dieses Gefühl plötzlich… So stark. So stark ist. Weil eigentlich ist es ja… Nur eine Dose. Nur eine Dose. Ja, es ist etwa… Und sie war eigentlich besonders teuer. Aber irgendwie war da bei mir emotional was los. Und das konnte ich noch gar nicht so einordnen. Und mein erster Gedanke war auch, ja, kaufst du sie dir neu? Aber dann habe ich gedacht, ah, das war jetzt die Letzte in der einen Filiale. Und Rossmann ist bei uns eh nicht um die Ecke, bis ich jetzt mal wieder irgendwie da hinkomme. Das hat dann so zusätzlich noch frustriert, dass ich es jetzt nicht so einfach ersetzen kann. Aber an sich, so jetzt objektiv betrachtet, war es ja keine große Sache. Dinge gehen kaputt. Ja. Ja. Und dennoch ist in dir unheimlich viel passiert. Und ich finde, das darf man wertschätzen. Das darf man auch sehen. Weil wenn in mir was ist, dann ist es da. Und dann darf es da sein, weil ich mir ja was erzählen möchte. Und wenn wir es wegschieben und sagen, komm, stelle ich nicht so an, dann ist es wie so, mein Gefühl ist jetzt nicht richtig. Ich übertreibe und dann versuche ich, etwas in mir zu unterdrücken. Anstatt, und das finde ich ja viel spannender, so einen neugierigen Blick zu entwickeln. Warum? Warum crasht es mich gerade so? Warum belastet mich das so? Und eine Sache hast du ja schon gesagt. Wir gucken heute einfach mal so, was könnte dahinter sein. Eine Sache, vielleicht dieser lange Wunsch nach Ästhetik. Du hast dich lange Zeit hinten angestellt und hast gedacht, jetzt kann ich wieder dekorieren, wie ich möchte. Und das war vielleicht so der erste Schritt. Und doch nicht. Ja, und was du auch noch gesagt hast, dass du an dem Tag mit Kopfschmerzen aufgewacht bist und mit einer schlechten Stimmung. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass solche Sachen einen dann noch mehr belasten. Ja, wenn man eh schon. Ja, ich denke auch. Ich wäre, glaube ich, es hätte mich nicht so getroffen, wenn ich irgendwie anders aufgewacht wäre, wenn ich gute Laune hätte, wenn die Sonne geschienen hätte, weiß das ich. Ja, würde ich wahrscheinlich auch lockerer mit umgehen. Also da kommt dann vielleicht auch noch was raus, was mit der Dose jetzt an sich noch gar nichts zu tun hat, sondern, ja, was dahinter steht. Und hat dich das lange beschäftigt? Ja, es hat mich lange beschäftigt. Und wie gesagt, ich war erst mal blockiert mit dem, okay, was machst du jetzt? Also der Impuls war da. Also am liebsten hätte ich rausgeschrien, wie es mir geht und wie schlecht ich mich jetzt fühle und dass ich jetzt voll traurig darüber bin. Und ja, keine Ahnung, ich hätte am liebsten so alles mal rausgeschrien. Aber genau, ich wusste halt nicht, was ich machen kann in dem Moment, weil ich so blockiert war. Aber ich wusste, was ich nicht machen möchte. Und das war halt, ja, dass meinen Kindern so, boah. Deine Gefühle so ungefiltert entgegenzuschlagen. Genau, weil es war mächtig. Ich habe ja gespürt und mir geht viel vor. Ich hätte ihnen das so, ja, total vorknallen können. Und die wären komplett überfordert damit gewesen. Das wusste ich. Und daher habe ich mich zurückgehalten und habe einfach nur gefragt, was passiert ist. Ich habe die Story bekommen mit dem U-Boot. Und dann haben wir uns fertig gemacht für den Kindergarten. Ah, es war alles so wie immer. Und ja, ich habe da jetzt gar nicht mehr weiter so mit meinen Kindern drüber geredet oder irgendwas, eine große Sache draus gemacht. Aber als sie dann im Kindergarten waren, es war immer noch in mir drin. Also diese Emotion, was halt interessant ist, weil es ja keine große Sache ist. Ja, eben. Man denkt jetzt, vielleicht andere würden jetzt denken, ja, geht halt kaputt. Also Kinder sind Kinder, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich denke, wir alle kennen solche Situationen, wo es eben doch eigentlich eine kleine Sache ist, die für uns dann aber sehr groß ist in dem Moment. Und die uns schon auch noch länger beschäftigt und dann nicht gleich wieder vergessen ist und so. Und wir machen einfach weiter. Ja, wir reden ja heute über das Thema Wünsche, Bedürfnisse und meine Verantwortung. Was war denn jetzt, wenn wir das Ganze kategorisieren, was war jetzt der Wunsch? Also mein Wunsch war, dass sie nicht an meine Sachen gehen und dass sie auf mich hören. Und dass was Schönes auf dem Tisch steht? Ja, genau. Dass Schönes zu Hause. Schönes zu Hause. Okay, das sind so die Wünsche, weil Wünsche können ja sehr vielfältig sein und dahinter stecken ja Bedürfnisse. Und die sind sehr konkret. Und diese Bedürfnisse können auf verschiedenen Arten weisen, als Wünsche sich äußern im Leben. Ja, deswegen lass uns mal tiefer schauen, was ist dann das Bedürfnis hinter dem, was du sagst? Ja, Ästhetik hatten wir schon angesprochen. Ästhetik hatten wir. Und vielleicht Leichtigkeit. Ja, dass einfach funktioniert, wenn ich was sage, dass das eingehalten wird. Ja, Leichtigkeit. Also Verlässlichkeit, also wenn du sagst, es funktioniert, wenn ich was sage, dass ich mich verlassen kann. Richtig, ja. Vielleicht auch gesehen werden, dass du gesehen wirst als Mensch mit deinen Bedürfnissen und dass die auch respektiert werden. Ja, das finde ich interessant, weil die es gesehen werden, also diese Dekoration ist ja auch ein Ausdruck, sage ich mal, von mir, von meiner Persönlichkeit. Und damit wollte ich ja auch gesehen werden. Aber jetzt ist es nicht mehr vollständig. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Es kann ja sein, dass du dann in dir selber sagst, und hier hat man mich nicht gesehen. Und dann ist die Frage, woher kennst du dieses Gefühl? Ja, jetzt wird es deep. Jetzt wird es deep. Wollten wir gar nicht, ne? Ja, das stimmt, ja. Das sind Momente, die ich kenne aus der Vergangenheit, ja. Und was eh so ein Thema ist, ja, was mich traurig macht. Ja. Okay. In wessen Verantwortung liegen jetzt diese Wünsche, diese Bedürfnisse, die wir gerade eruiert haben? Also dieses Gesehenwerden, Verlässlichkeit und Ästhetik. Aber jetzt diese drei Bedürfnisse herausgreifen, wessen Verantwortung würde das liegen? Ja, also wir sagen ja immer, dass die Erwachsenen die Verantwortung tragen für die Kinder. Und genau, diese Erfüllung meiner Bedürfnisse liegt in meiner Hand. Das durfte ich vor ein paar Jahren lernen. Und ja, es hat sehr viel verändert bei mir. Okay, und wenn wir jetzt wirklich nochmal, ne, wir gehen da so Stück für Stück, ne, schämen wir das Ganze so ab. Du hast, also wir sagen, die Verantwortung liegt bei dir, ja, also die Verlässlichkeit. Jetzt war deine Strategie zu sagen, also deine Strategie war zu sagen, Kinder geht nicht dran. Weil das ist Deko, Deko, ich sage auch mal, Deko ist zum Gucken und nicht zum Anfassen. Ja, kenne ich den Satz. Kennst du, ne? Und das war deine Strategie. Jetzt können wir halt drüber reden. War das eine gute, also eine günstige oder eine eher ungünstige? Ich denke, es ist, es hat sich im Nachhinein vielleicht als ungünstig herausgestellt. Du hast gedacht, sie sind schon alt genug, haben die ausreichende Reife, da selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und dann hat sich herausgestellt, ist nicht so. Also sie waren doch noch nicht reif genug. Also war Reden in dem Fall vielleicht noch ungünstig, aber es ist ja auch nicht schlimm. Also du konntest es auch noch nicht wissen. Manchmal muss man Sachen ausprobieren. Und zu gucken, klappt es jetzt oder nicht. Ja. Also aus dieser Sache habe ich auch sehr viel für mich mitgenommen. Also wie ich schon mal gesagt habe, ich habe auch die Verantwortung gespürt. Okay, wie du jetzt reagierst, das hat jetzt enormen Einfluss auf alle. Und von daher konnte ich jetzt nicht sehr empathisch reagieren oder bedürfnisorientiert. Gleichzeitig wollte ich aber auch nicht meine Wut rauslassen. Oder bestrafen oder so. Und genau, ich habe mich entschieden, erst mal halt nichts zu machen. Und das war für mich auch so etwas, wo mir bewusst geworden ist, weil ich bin halt so aufgewachsen, sobald ein Fehlverhalten da ist, man muss es sofort bestrafen. Es gibt ja auch diesen Satz im Volksmund, so kleine Sünden bestraft Gott sofort oder du musst das Kind sofort disziplinieren, damit es das lernt. Und da ist mir bewusst geworden, nee, das stimmt eigentlich nicht. Also ich muss nicht sofort reagieren, wenn ich mir selber noch gar nicht klar bin mit mir und mit dem, was ich will, wo ich jetzt hinaus will. Ja, oder wenn du merkst auch, dass da heute mehr bei dir dahinter ist vom ganzen Grundsetting, dann musst du nicht sofort reagieren, weil das vielleicht viel härter wäre wie an anderen Tagen. Ja, und was du beschreibst, ist ja, dass du dich entschieden hast, dich erst mal selbst zu regulieren. Genau. Was ganz wichtig ist, dass man sagt, okay, erst mal muss ich bei mir aufräumen, bevor ich wieder agieren kann, weil sonst fange ich an zu schießen und es tut mir nachher leid. Was auch eine wertvolle Strategie ist, weil da hast du ja wirklich auch einen Wert dahinter, also dass wir irgendwie freundlich miteinander umgehen können. Ich will eine sichere Beziehungsperson sein für mein Kind und nicht irgendwie ein Ort der Verletzung. Also es ist ja auch ein sehr wertvoller Schritt, den überhaupt zu gehen und einfach, und auch sich das zuzusprechen, ich muss nicht sofort agieren. Ich kann das mal stehen lassen, durchatmen, wir reden später drüber. Hast du dir, Anne, du hast gesagt, es hat dich dann beschäftigt, hast du da auch drüber nachgedacht, wie es deinen Kindern damit geht? Ja, also die Perspektive habe ich auch versucht, obwohl es schwer war, weil du selber noch so bei dir warst. Aber ich habe dann auch überlegt, okay, was haben die sich dabei gedacht? Die fanden es wahrscheinlich auch schön, wollten das mal anfassen und dann ging es vielleicht weiter so. Und dann haben sie sich ins Spiel vertieft und haben wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, dass irgendwas passieren könnte. Die haben wahrscheinlich gedacht, wir stellen das dann wieder zurück und Mama wird nichts merken. Und ich glaube, die haben sich selber erschrocken, was passiert ist. Und auch so die Reaktion, als die Kleine, der Großen dann ins Ohr geflüstert hat, wir müssen es Mama sagen. Also ihnen war schon bewusst, dass etwas passiert ist, was Mama nicht gefällt. Von daher habe ich auch gedacht, Mensch, denen geht es damit ja auch nicht gut. Und vor allem sind es Kinder, sie sind noch unreif. Sie waren wahrscheinlich im Singular-Modus. Das heißt, sie waren voll im Spiel versunken, voll auf dieses Spiel jetzt konzentriert und haben dann alles andere auch ausgeblendet und sind da immer tiefer reingekommen. Und aus dem vielleicht, wir nehmen es mal kurz und schauen es an, wurde dann also eine größere Sache. Ja, und dann ist ein Unglück passiert, dass sie nicht haben, kommen sehen. Wir Erwachsene sehen das und sagen, stopp, lass meine Dekos stehen. Die Kinder sind, also wenn sie einmal in diesem Spielmodus sind, dann ist das häufig einfach komplett weg. Und dann ist auch manchmal, es ist ja auch ein Unterschied, ob du eine Plastikdose oder eine Keramikdose hast. Ich meine, klar, die werden schon wissen, dass das jetzt Glas ist oder dass das brechen kann, aber dann auch wieder nicht, wenn sie mitten im Spiel sind. Wenn sie sonst auch mit ihren Katzen auf Plastik, Autos oder so fahren, da passiert ja auch nichts. Und das ist dann auch oftmals nicht so dieses, oh, das könnte jetzt brechen. Ist da nicht immer so präsent. Lass uns auch mal gucken jetzt noch, wie kannst du denn dein, also einmal dein inneres Durcheinander verstehen, regeln, sodass bei dir wieder Ruhe einkehrt? Wie gehst du damit um und welche Strategien würdest du für die Zukunft wählen, damit dein Bedürfnis auch gesehen wird? Das ist ja wichtig, das ist da. Ja, also ich muss sagen, es hat schon so ein, zwei Tage gedauert, bis ich mir so klar geworden bin, was mir jetzt eigentlich so wichtig war, warum mich das jetzt so mitgenommen hat. Und das war? Genau, der Wunsch nach, dass sie auf mich hören oder die Enttäuschung halt, dass die Strategie nicht funktioniert hat, dass wir doch noch nicht so weit sind, die es gesehen werden, dass das in dem Moment nicht stattgefunden hat. Und deine Frage war noch, welche... Was du dann gemacht hast. Was ich dann gemacht habe. Oder was ich machen könnte, also ich glaube auch ein großer Punkt war vielleicht auch Wertschätzung so ganz tief als Bedürfnis. Vielleicht war der Tank da gar nicht so aufgefüllt. Bei dir. Bei mir selber. Wie kann ich mir das jetzt im Alltag, also die nächste Strategie wäre ja, dass ich mir überlege, wie kann ich mir in meinem Alltag meine Bedürfnisse stillen, damit ich nicht in einen Mangel komme und dann in solchen Situationen so starke Emotionen spüren kann. Genau, diesen Mangel praktisch an den Kindern auslässt sozusagen, ja. Ja, was könnte eine Strategie sein, also ich könnte mich, ich könnte mich vielleicht mit einer Freundin treffen und durch den Austausch, ja, das gibt mir auch immer so sehr viel an Wertschätzung oder ja auch Gemeinschaft angesehen werden, genau, oder Partei mit meinem Mann, das tut auch immer sehr gut und füllt eigentlich den leeren Tank immer. Und dann würde es dir besser gehen, dann könntest du auch anders oder schneller, dann kämpfst du nicht so sehr in die Versuchung, negativ zu reagieren. Genau. Das Ganze. Ja, ansonsten eine Strategie, dass ich, also wenn ich etwas hinstelle, wo Kinder rankommen können, dass ich einfach damit rechne, also diese Erwartungshaltung schon habe, okay, es kann kaputt gehen, ist das okay für mich? Wenn nicht, dann soll ich es lieber hochstellen und stelle ich es lieber nicht hin. Und wenn es okay ist, ja, dann muss ich damit rechnen, wenn es passiert, passiert es. Okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Erzähl noch kurz, was du dann gemacht hast, zwei Tage später. Ja, was ich gemacht habe, also ich habe dann ein Gespräch mit denen gesucht und habe halt nochmal versucht, die Situation aufzuarbeiten, habe gefragt, ja, wie war denn das denn nochmal? Erzähl doch nochmal. Und wie war das, als sie kaputt gegangen ist? Habe dann Empathie geschenkt, habe gesagt, ja, ihr habt euch bestimmt erschrocken und habt ihr gar nicht damit gerechnet, dass das passieren könnte, ne? Und dann habe ich halt auch gesagt, dass ich traurig war, dass ich mich sehr über die Dose gefreut habe, aber dass es, ja, einfach okay jetzt für mich ist und dass ich mir in Zukunft wünsche, dass sie halt meine Sachen, ja, da mehr drauf achten, dass sie nicht rangehen und, ja, ob sie bereit wären, da, ja, mitzuhelfen, dass sie halt meine Sachen respektieren oder... Und was denkst du, also wie kam es bei ihnen an? Wie haben sie reagiert? Ich glaube, das hat ihnen sehr gut getan, so, was ich an den Reaktionen gemerkt habe, dass das auch erleichternd für sie war, da einfach mal drüber zu reden. Ja. Und, ähm, dass sie sich auch verstanden und abgeholt gefühlt haben durch die Empathie, die ich ihnen geschenkt habe. Und da waren sie natürlich sofort bereit und haben gesagt, ja, Mama, wir wollen das nicht mehr machen und das tut uns leid. Also sie haben sich auch von sich aus entschuldigt, ohne dass ich irgendwas eingefordert habe, aber, ja, das fand ich auch ganz schön, dass sie dann von sich aus den Wunsch gespürt haben, mir das zu sagen, dass sie es bedauern und dass es ihnen leid tut. Ja, voll schön. Ja, danke, Anna, für dein ganz praktisches Beispiel aus einer ganz banalen Situation, wie viel doch dahinter steckt, wie Wünsche, Bedürfnisse und meine Verantwortung zusammenhängen, dass die Bedürfnisse immer gut und wichtig sind. Die Frage ist, erfüllen sie die Kinder dafür verantwortlich, meine Bedürfnisse zu erfüllen? Nein, sind sie nicht. Ich bin immer in der Verantwortung. Und, ja, in die nächsten Folgen geht es da nochmal deeper rein, damit das wirklich ins Fleisch und Blut immer mehr übergeht. Ja, das war wieder eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute mit uns auf dem Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Untertitelung des ZDF, 2020